Musik Musik Jetzt können sie echt nicht da... Moment Mal hier noch rein hin Musik 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 Jetzt erst mal gleich zu essen mache Lecker, lecker, lecker Musik 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 Es fällt mir wieder Musik Musik Halt! 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 Der Haufen war schon mal größer. Ich hoffe, von Pronto der Hack ist Kekkerle, 4 Kilo. Sollte ich jetzt rippen, oder? Hallo, alles klar, weiß ich Bescheid, Schatzi. Wie war's denn? Ach. Jawoll. 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 Ich kann halt einrasten. Jetzt fehlt's an Stroh. Jawoll. 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 Oh, okay. Ah, okay. Vergesst zu lesen, jungen, jungen, jungen. naja, passt ja so, was brauchen wir für die Produktion? irgendwas kaputt lass doch unten welches drin naja, muss mich auch ein bisschen bewegen so leicht kommen wir jetzt aber auch nicht drüber theoretisch schon, wenn sie schon ein bisschen schlau wären wenn sie schlauer wären wenn so ich flieg noch ein bisschen hm boah, eine Platte ich kann ja meinen ich kann ja meinen ich kann gerade noch ein bisschen löffeln brrr 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 Botterrammel, bum, 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 bum. So, der kann da stehen bleiben. Ah, so. So, No-Shops. Erfreien wir den mal vom Dolphy. Der Pend hat uns ein Level auf dem Steg. Was kommst du? Ah, dann mehr, ne? Das ist eigentlich von einer Riesenbiene. Oder nicht. So, jetzt ist es gleich wieder dunkel, ne? Genau. Auf den 1, Lodge. Und so. Ah, das ist doch super. Das ist doch gut. Ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben, weil sie zu teuer sind? Dann checkt man mal einen Partner ab in STEM Gaming. Gleiche Spiele für faire Preise. Link unten in der Beschreibung. Ausdauer hoch. Ach, der eine Bärfisch für links ist klar. Ach, der eine Bärfisch für die Bärfisch. Das war's für heute. So, moin, games, na, ja, hier wird ein bisschen Dino gespielt. Nix los, man sieht nur, wie schlicht Sascha schießen kann. Bestimmt. Wo hat denn dieser wübsche Vogel, weil er schon weggerottet ist? Glaub ich dir. Er ist viel so weit draußen, man, 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 na gut. Weiß nicht, warum du nicht mit der Ambus schießt, sie ist doch genauer. Habst du vielleicht noch nicht? Die liegt doch in der Werkbank, musst du ja nur wegnehmen. Was willst du jetzt da? So. So. Einander Platz zwischen den beiden, die ist so sauber. Das glaub ich dir. Buspiloto. Aber es freut dich bestimmt auch. Aufzulehnen. Es freut dich bestimmt auch nur zu hören, wenn wir nächste Woche dann quasi da um sie fahren. ne? Aber. So. Machen wir kurz mehr den ganzen. Ah. Naja. So. Ähm. Das rein, das machen wir da rein. So. Das ist nicht mal mehr. Das ist nicht mal mehr aus. Das ist nur einmal. mal. Ich bleib dann. Ja, definitiv. Also wie gesagt, das mit dem Fliegen wird sich sowieso jetzt eine Woche nach hinten verschieben. So, ich werd mir aber jetzt mal was zu essen machen und bin dann gleich wieder da. Bis gleich. 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 Bis bis gleich. し was. Bis gleich. Bis gleich. Schneller rumgehen, ey.